Eine Ratte in der Küche Vogel Ich kann ihr das nur von der anderen Seite der Theke geben Da Er hat aber Hunger Der Special Guest Ein guter Ort für eine kurze Rast Ein guter Ort für eine kurze Rast Ein guter Ort für eine kurze Rast Junge, das ist aber nicht gesund, wie viel du isst Trink doch mal lieber einen Schluck Wein Mein gut, Alkohol ist jetzt nichts Gutes Alkohol ist eigentlich ziemlich gefährlich Und eine ziemlich ekelhafte Droge Aber als Als Gastwirt Da ist dir ja auch dein Aluhol wichtig Außerdem wann, zu welcher Zeit spielt das? Mittelalter? Ist ja Fantasie Ist ja Fantasie Ich meine, hier gibt es ja auch Zombies und so Aber Ist halt eher mittelalterlich gehalten hier Als Neumodern Das bedeutet zu der Zeit Zu der Zeit war Alkohol unter Umständen Überlebensnotwendig Weil viel Von dem Wasser Das man hätte trinken können Mit Bakterien und dergleichen Versetzt war Und Verunreinigungen Die dafür sorgten Dass die Leute dann Wenn sie mal so ein Wasser getrunken haben Ziemlich schnell gestorben sind Und der Alkohol da drin Tötete halt alles Weshalb Weshalb damals halt auch schwangere Frauen Bier getrunken haben Statt Wasser Das Bier war zwar deutlich schwächer Als das, was wir heute kennen Aber Alkohol war da trotzdem drin Knausiger Kunde Es sieht für mich gerade so aus Als wenn der Hauch einer Chance Bestehen würde Dass ich nach diesem Tag Vielleicht Tavernruf Level 12 Erreiche Ich meine Wenn ich hier irgendwann zumache Und alle Leute gehen raus Und geben mir irgendwie so 200 200 Ruhm oder so In dem Dreh Alle Oder fast 300 Dann könnte das vielleicht sogar Hinhauen Also vom Geld her Mache ich auf jeden Fall Ein bisschen Gewinn Und das trotz Personal Geil Probiere die Spezialität des Hauses Dafür kriegst du einen Keks Du süßer süßer Vogel Oh Entschuldigen Sie bitte Jetzt wird es gleich warm Bäm Bäm Es hatte gerade Einer Es tut so gut Wieder im Waren zu sein Nicht Und ich denke mir so Alter Ich will es hier dahin In dem Raum hier Aber wenn du natürlich Gerade von so einem Abenteuer kommst Keine Ahnung Hast du dich durch Ein Dungeon gekämpft Oder so Dann bist du natürlich froh Wenn du an die Wärme kommst Ja Also ich glaube Ich glaube Level Tavernruf Level 12 Erreiche ich heute Momentchen Lass ich noch offen Das riecht wirklich gut Vogel Okay Oh So Hier hat doch gerade Irgendwo einmal gemeckert Da Jaja Okay Okay Hm Hm So So, und jetzt gehe ich mal schnell die Küchenhilfe rausschmeißen. Zack. Ach, guck mal, ich hatte hier auch immer schön... Danke für deine Arbeit heute. So, entschuldigen Sie bitte, ich muss mal einmal kurz meine Tische selbst abwischen. Ich habe die Küchenhilfe schon... Ich habe die Küchenhilfe schon nach Hause geschickt. Bam! Du hast das Destillieren von Getränken freigeschaltet. Du kannst nun eine Destille am Briefkasten kaufen. Könnte ich schon vorher. Außerdem kannst du nun Rezepte zum Destillieren in den Brauereitechniken freischalten. Achso, nee, ich habe das Ding selber gebaut. Ja, genau, das war's. Bodenfeld, Speisefeld, Herstellungsfeld, überall Plus. Plus, 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 plus. So, holen Sie sich Ihre letzten Bestellungen. Und dann ist hier vorbei für heute. Und zwar jetzt. 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 Jetzt.